servus leute und herzlich willkommen zurück auf der road auf dem highway mit full throttle wir haben jetzt eigentlich soweit alles für unser bike zusammen wir brauchen noch die rampe und wir brauchen noch den typ mit dem booster den müssen wir noch umhauen so den typ mit dem booster den werden wir uns jetzt schnappen denn es muss ja irgendeine möglichkeit geben den umzuhauen deswegen werde ich jetzt mal das eine oder andere ausprobieren wir haben ja verschiedene waffen und wie wir das beim letzten mal gesehen haben kann man jeden hier mit irgendwie verschiedenen waffen umhauen so da ist er schon vielleicht haben wir direkt beim ersten mal glück das wäre natürlich cool ich greife direkt zur richtigen waffe holen wir mal die kette okay leute die kette ist also die richtige waffe mit der könnte es direkt umhauen jetzt müssen wir nur noch in das käfig die käfig schule da müssen wir dann die rampe nutzen und mitnehmen so mit der kate fisch höhle die kriegen wir denn die rampe daraus also beim letzten mal war es einfach so dass wir wenn wir die rampe geholt haben dass dann die käfig kamen ausfahrt das ist falsche dass die käfig kam und haben uns dann verfolgt wir mussten die rampe stehen lassen wir haben die wieder zurück geholt und wir wissen ja wie wir es hier sehen dass die käfig nur auf diesen komischen ja auch den auf den mittelpunkt da fahren können daran orientieren die sich so wie wir jetzt gerade im moment vielleicht können wir da irgendwie irgendwas hinlegen oder so wir haben ja dünger was hat vielleicht funktioniert damit höhle müssen wir jetzt mal schauen dass wir hier irgendwo vielleicht hier hinten irgendwas machen können hier in der kurve da können wir nämlich absteigen so inventar was haben wir denn hier dünger aber den kann ich hier nirgendwo benutzen also offensichtlich damit nicht na ich fahr mal die rampe holen die schmeißen wir jetzt an unser bike hinten dran und dann nehmen wir die mit oder ist gerade so ein ding weggeflogen habt ihr das gesehen vielleicht muss ich mit der rampe irgendwas machen ich erinnere mich da nicht mehr dran alles schon etwas zu lange her das ist es das ist es ich stelle die rampe dahin wenn das funktioniert hierhin ja ich mach damit einfach die dinge ab ups mit dem kerl bin ich fertig okay ich dachte eigentlich dass ich die rampe hinstelle und die auf die rampe fahren und fallen dann irgendwie da runter oder so oder finden den weg nicht mehr aber so ging es auch easy okay wir haben alles für unser bike wir können die rampe eigentlich benutzen ob das so funktioniert weiß ich nicht ich muss jetzt mal gucken steht gut wo sie ist na dann auf unser bike und let's go dann machen wir jetzt den sprung den ricky myron nicht geschafft hat bin gespannt ob wir es schaffen müssten wir ja haben ja zwei booster luftkissen und weiß ich nicht was alles also genug turbo müssten wir haben um da drüber zu kommen so anlauf holen oh ja der holt ein gutes stück ach da ist der turbo der aus dem luftkissen nice und wir sind rüber leute ok wir sind jetzt hier bei kohle motors das verraten wir hier oben das schild cm ich kann überlegen wo können wir denn hier hin also hier kann man runter gehen fabrik was haben wir hier unten da war auch noch was da stadion ja ich denke wir gehen mal hier runter kohle motors wie die zählentüren in der einzelhaft ich bin hier wegen der aktionärsversammlung mr ripberger hat die versammlung verschoben bis die mörder von mr corley gefasst sind alle aktionäre sind benachrichtigt worden ja nun ich habe meinen anrufbeantworter lange nicht mehr abgehört man ok also da kommen wir im moment nicht rein wie es aussieht lassen sie mich rein verschwinde arschloch ja da kommen wir nicht durch wo können wir denn wir können hier rüber rennen ne bis stadion können wir uns mal genauer anschauen ah da können wir hier rüber runter guck an hier haben eure kappen ach gut hier haben eure wimpel und hier so ein hier haben alles direkt hier was ist los mit dir offizieller corley motors verkauf was kann ich für dich tun was geht hier ab was ist denn heute hier los heute abend gibt es ein demolition derby erster preis ist eine alte corley harttail vollständig restauriert von dem alten mann selbst jawohl was macht denn dieses große stadion so weit hier draußen corley hat das meshatorium gebaut damit seine angestellten ein bisschen unterhaltung in der nähe haben er hat sich immer sehr um seine angestellten gekümmert ich habe keine ahnung was jetzt mit uns passieren soll wo er tot ist ok schade um den alten corley ich suche nach einem schönen souvenir nun ja ich habe nur schöne souvenirs womit kann ich dich glücklich machen da unten dieses äh ne das ist pelzige etwas will ich denn das auto wie wäre es mit dem kleinen auto hier es ist klein aber es ist nicht billig mein freund du machst besser erstmal eine probefahrt um sicher zu gehen aber das klingt gut irgendwas kleines pätiges gelbes tut mir leid das sind die einzigen zähne die ich habe hey kommt schon wieder kaninchen und zwar eine ganze menge du willst kaninchen ich habe kaninchen wie viel kohle hast du mit kann ich sie einfach mal für eine probefahrt mitnehmen ich glaube du bist noch nicht bereit für die verantwortung die mit dem corley kaninchen teureset auf dich zukommt tut mir leid mein sohn da kommen wir nicht dran was steht da auf den wimpeln nichts kann kohle schlagen steht drauf eigentlich ziemlich ironisch wenn man bedenkt wie er gestorben ist machen sich aber trotzdem gut an einer schlafzimmerwand keine wände mein bike ist mein zuhause wir könnten dich noch mit nem kleinen stock ausrüsten dann kannst du dir ne fahne für den rücksitz basteln ich ähm denk mal drüber nach ja es wird bestimmt gut aussehen gibt's diese t-shirts auch xxl äh 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 nein aber sie sind vorgewaschen nein danke hast du eigentlich überhaupt geld so viel wie ich brauche okay also an zumindest kommen wir im moment nicht dran irgendwelche valschers hier in der gegend gesehen nein wir haben hier kein problem mit den valschers obwohl sie ihr versteckt direkt oben an der straße haben sie bleiben da oben ziemlich eingeschlossen nicht sehr gesellig was ist in der kappe drin keine ahnung war schon drin wahrscheinlich so ne art transport füllung haut aber ganz schön rein das kann ich dir sagen okay hör mal das ist nicht persönlich gemeint aber warum schiebst du nicht endlich deinen hintern von hier weg und hörst auf mir die kunden zu vertreiben ich hab mich nur geräuspert dann nehmen wir es doch einfach mit fahren wir ihr eigenes derby mit einem ferngelenkten wagen sicher sicher dreh einfach mal ne runde nur bleib in reichweite damit geht das auch mit dem pfeiltasten bei unseren kaninchen sind die batterien inklusive niedliche niedliche kleine kaninchen witzig das offiziell lizenzierte kaninchen des callimotus smashatorians so langsam geht dem teil der strom aus na toll jetzt hast du die batterien gekillt dann nehmen wir das kaninchen mit in ordnung zeig mir die cola amigo kann ich es anschreiben ohne moos nix los kompatre ohne moos nix los schade dann gehen wir einfach mal ins stadion rein ähm was denn hier mit dem drehkreuz können wir da durch das ist der ausgang dreht sich nur in eine Richtung aber hier können wir lang die falsche da gehe ich nicht rein die denken alle ich hätte ihren geliebten chef getötet ok hier hinten gibt es auch nix das ist die alte hardtail die mo mit malcom repariert hat ja sieht auf jeden fall geil aus auf dem bild alle größen und farben aber hier scheint füllt eure praktischen getränkekappen mit einem getränk eurer wahl nix zu geben wo können wir denn noch lang was ist hier hinten nix das ist das ganze stadion hier die fabrik ok unser bike aber können vermutlich nirgendwo hinfahren oder kann man hier raus doch wir können zurück zumindestens mal ein stück weit mal gucken wo wir da hinkommen ach das ist das äh Volchers versteck wahrscheinlich auf der anderen seite von dem Feld ist das versteck der Volchers ich habe viel von den Volchers gehört und es sieht so aus als wäre alles wahr ok der wird wahrscheinlich hier nicht drüber rennen wollen schade ich habe eine idee ich brauche die Häschen für das Windfeld die Frage ist nur wie kommen wir denn an die Häschen dran denn hier oben ist ja nix hier komme ich ja nicht weiter hier liegt auch nix hier kann ich nix einsammeln du großer Mann komm und wirf den Derbywagen mal an naja komm ich fahre noch mal runter Souvenirs als Erinnerung an euer großes Smashatorium Abenteuer ach scheiße jetzt ist die Batterie leer das Teil hat keinen Saft mehr kauft euren Kindern ein Kaninchen dann halten sie auf der Fahrt nach Hause die Klappe der ist für Schrauben ok vielleicht komm ich hier irgendwie ich hebe mir die Kette für meine Freunde auf der Old Mine Road auf seid keine billigen Versager kauft irgendwas ich habe unter meinem großen Zeh einen Knopf der direkt mit dem Alarmsystem von Collies Sicherheitsdienst verbunden ist natürlich könnt ihr lügen aber die Frage ist fühlst du dich glücklich in letzter Zeit nein hier kommen wir wohl nicht weiter hör mal das ist nicht persönlich gemeint aber warum schiebst du nicht endlich deinen Hintern von hier weg und hörst auf mir die Kunden zu vertreiben ich habe mich nur geräuspert scheiße das bringt uns so nicht weiter ich brauche das Häschen komm hier das Kaninchen ihr wisst dass ihr eins wollt diese Sachen sind nirgendwo anders erhältlich Leute und preiswert sind sie auch und die Händen scheiß nicht weiterzugehen das ist der Ausgang dreht sich nur in eine Richtung die falsche da gehe ich nicht rein die denken alle ich hätte ihren geliebten Scheiß die nehmen sie praktisch umsonst weg wie sieht es hier unten aus hier hinten was sind schon eine Handvoll Scheine gegen eine zeitlose Erinnerung ok wir können also nur hier einmal zu dem Typ mit den Souvenirs wir können hinten zu dem Volchers Minenfeld und wir können hier oben hin was haben wir hier oben noch Fabrik ja klasse die bringt uns nicht wirklich weiter die Corley Motors Fabrik geheiligter Boden cool 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 so ich bin im Moment ein bisschen überfragt ah hier können wir noch vielleicht lang was ist denn hier da 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 war doch was scheint irgendwas Großes drin abzugehen komm wieder zurück hier da 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 ah der Hinterhof die ist passiert da lasse ich meinen Mund nicht rein wow dieser Lagen hier übertrifft echt alles ok was können wir hier machen geht es hier noch weiter rüber ne nicht aufzukriegen mechanisch verschlossen die ist versiegelt soll die Messgeräte vielleicht irgendwie spinnen lassen will nicht auch noch das Elektrizitätswerk am Hals haben will nicht auch noch das Elektrizitätswerk am Hals haben aber was gibt es denn dann hier hinten wenn wir hier hin können hier muss ja irgendwas sein die ist versiegelt was könnte denn hier noch sein also mit dem H kann ich vermutlich nichts verwenden hier oder vielleicht hier mit der ist für Schraubenmutter ne ist das hier ein Versteckser muss ich hier das Bike abstellen oder was ich weiß nicht wofür das hier ist schade ich dachte da hätten wir schon wieder was gefunden aber sieht nicht so aus hier oben geht es noch lang über diese Schlucht komme ich nicht nochmal achso das ist die Schlucht ok hier kommen wir runter zum ich laufe nicht runter zu den Vultures so so und das ist